Favourite Metal Riff? Spontan? Down, richtig? Nein, das ist nicht Down, das ist Pantera in Broken. Gut, ist aber nah dran. Ja, ist ja tierisch weit davon entfernt. Bei mir kommt... Das Problem ist, das ist ja schon wieder das gleiche wie beim letzten Mal. Ich muss sowas vorher wissen, ich muss mich auf solche Interviews vorbereiten. Das hat ja auch einen gewissen Anspruch. Alles klar. So, ja, Slayer!